Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal HappyGaleo und ich möchte euch die neue Trennsportart Bertpong vorstellen. Ihr kennt Bertpong noch nicht? Wirklich? Dann zeige ich euch das mal. Zunächst mal braucht ihr das Spielgerät, einen sogenannten Bert. Den kann man so leider nicht kaufen, den müsst ihr euch selber trainieren. Außerdem brauchen wir noch irgendein Hundebällchen. Berti! Berti muss jetzt das Bällchen zur Wurfstelle bringen und von da aus versuchen wir den Ball in diese Kiste reinzuwerfen. Damit der Ball nicht direkt rausspringt, habe ich da ein bisschen Wasser reingemacht. Für einen pflichtbewussten Bert gehört es natürlich dazu, das Spielgerät zu Beginn des Spiels erstmal zu reinigen. Am Wurfpunkt warten die Spieler nun darauf, dass Bert das Bällchen bringt. Von dort aus versucht man das Bällchen in die Kiste zu werfen und gewonnen hat der Spieler, der zuerst eine bestimmte Anzahl an Treffern erreicht hat. Na gut, Komponente! Komm mal! Ganz wichtig ist, dass man immer konsequent bleibt und den Hund auch dazu auffordert, einem das Bällchen in die Hand zu geben. Und wenn es einen von euch interessiert, kann ich demnächst auch mal ein Tutorial machen, in dem ich zeige, wie man seinem Hund das überhaupt beibringt, das Bällchen in die Hand zu apportieren. Das hier ist übrigens ein stinknormaler Mörtelkasten und den gibt es in jedem Baumarkt und der kostet eigentlich auch nicht sonderlich viel. Für so kleinere Hunde wie den Berti, das ist natürlich echt ein cooler Pool. Die Fortgeschrittenen schnappen sich dann die Ballschleuder und probieren mal die große Distanz. Das Video ist natürlich nicht ernst gemeint, aber es ging mir nochmal darum zu zeigen und zu motivieren, dass es so viel gibt, was man mit dem Hund machen kann, was Spaß macht. Und gerade bei diesem unglaublich tollen Wetter. Also geht raus, macht was mit dem Hund und habt Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, bis dann!